Kern kommt mit diesem Bonus künftig auf dasselbe Bruttogehalt wie der geschäftsführende Clubchef der SPÖ, Andreas Schieder, nämlich 14.885 Euro. Kern wird gemeinsam mit Schieder Clubchef der SPÖ sein. Letzterer leitet die Geschäfte der Fraktion und trägt den Hauptteil der Parlamentsarbeit, weshalb er das für Club-Op-Männer vorgesehene Gehalt erhält. Für Kern gleicht die SPÖ die Differenz aus, wie dies schon bei Alfred Gusenbauer der Fall war, der Josef Kapp als geschäftsführenden Clubchef neben sich hatte. Für Kern bedeutet sein aufgefettetes Gehalt dennoch eine finanzielle Einbusse. Als Kanzler erhält er derzeit noch knapp 21.900 Euro, und selbst das ist weniger, als er davor als ÖBB-Chef verdient hatte.